Auf der Rad- und Outdoor kann man klettern und segeln oder sich einfach nur die neuesten Grill-Trends angucken. Ich werde heute auf die Passion gehen und anschauen, was für Extremsportarten dort parat ist. Vorderfuß drauf, hinterfuß auf die Hände und vier Schrauben. Auf deinen Brett. Ja, ja, ganz ruhig. Und vorne drehen wie Michael Jackson. So, jetzt stehst du wie der Eiffelturm. Das ist erstmal absolut wackelig und es rollt viel mehr als ich will. Absteigen geht schon mal gut. Das ist eben gut. Das ist eben nicht so einfach. Mach das ist ja schizig. Mir accustomed. Wie funktioniert das einfach? Nein, gar nicht so einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Tag auf der Passion-Sportmesse in Bremen ist vorbei. Nach vielen aufregenden Sportarten habe ich am Ende die Sportart gefunden, die für mich am besten geeignet ist. Camp Boy! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020